Heute haben wir in Hamburg Regenwetter und ich habe eigentlich gerade keine wirkliche Lust auf Parcours. Ich wollte was anderes ausprobieren. Die heutige Präsentation mache ich mit... Ja, was nennt man für ein Videoschnittprogramm? Ja, richtig! PowerPoint! Microsoft PowerPoint! Am meisten beeindruckt haben mich Videos, die man vielleicht nicht unbedingt als Vorbild nehmen sollte. Die vielfachen Vorwärtssalty, heftigsten Drops oder waghalsigen Kletteraktionen. Das sind aber nicht wirklich die Videos, die mich inspiriert haben. Ich habe mit Parcours angefangen, wie ich schon im ersten Video erzählt habe, indem ich einen Kumpel gefilmt habe. Beim Bearbeiten habe ich mich mit der Ronde des Trasseurs identifiziert. Und nach einiger Zeit dachte ich, das kann ich bestimmt auch. Die Videos, die ich bei den Trainingsessions gefilmt habe, zu denen ich sagen konnte, dieses Kunststück habe ich live gesehen und ich weiß, wie sich der Trasseur hinterher gefühlt hatte. Die waren es, die mir den Impuls gegeben haben, immer wieder Neues auszuprobieren. Videos haben auch im späteren Verlauf eine große Bedeutung gehabt. Ich hatte verschiedene Trasseure die gleichen Bewegungen machen lassen und Bild für Bild übereinander gelegt, Unterschiede ausgemalt und glaubte immer wieder, die perfekte Version zu können. Ich ließ mich selbst filmen und entdeckte immer wieder kleine Fehler, auch bei den anderen. Bei den High-Trainings war meine Kamera meistens die, die mit ihrer Zeitluppenfunktion den letzten Feinschlüsse in die Moves gebracht hat. Wie sehr formt sich der Körper beim Frontflip in eine runde Kanonenkugel? Waren die Beine beim Backflip gestreckt? Ab wann verdreht sich der Oberkörper beim Barani, dem Frontflip mit halber Schraube? Meine Kamera hat schon viele Trasseure beim Verbessern ihrer Moves geobachtet.